Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Hoon. Mein Name ist Robert Höck und heute möchte ich euch wieder 20 verschiedene Hühnerrassen vorstellen. Wir tauchen also ein in die bunte Rassevielfalt. Wenn man in Europa so schaut, dann ist Deutschland einer der ganz großen Hotspots der Hühnerzucht. In Deutschland gibt es wirklich viele alte Hühnerrassen, die bis heute überleben konnten. Die wurden durch die rassige Flügelzucht, durch die Prämierungszucht bewahrt, das muss man ganz klar sagen. Es wurden in Deutschland aber auch weiterhin neue Hühnerrassen entwickelt. Und von dieser großen Vielfalt an deutschen Hühnerrassen möchte ich euch heute gleich 20 Rassen vorstellen. Ich hatte alle diese Rassen selber vor der Kameralinse und da trefft ihr dann natürlich auch diese wunderschönen Vorwerkhühner wieder. Das ist unsere Heidi. Die Heidi ist ein klassisches Vorwerkhuhn. Und die Vorwerkhühner, die kommen zum Beispiel aus der Nähe von Hamburg. Ich starte jetzt gleich mit ein paar Rassen, die auch nach deutschen Städten benannt sind. Zum Beispiel mit den Dresdnern, den Bielefeldern und den Augsburgern. Und die Dresdner, die waren bei Happy Huhn zum Beispiel bisher noch gar nicht zu sehen. Premiere. Dresdner Hühner habe ich euch bei Happy Huhn bisher noch nie gezeigt. Und darum dürfen sie auch den Anfang machen. Die Dresdner sehen auf den ersten Blick ein bisschen wie rosenkämmige New Hampshire Hühner aus. Und das ist auch kein Zufall. Denn das New Hampshire Huhn aus den USA ist der wichtigste Vorfahre der Dresdner. Die Geschichte der Dresdner Hühner begann direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals wollte man rosenkämmige New Hampshireer züchten und kreuzte dazu in New Hampshire Weihandotten ein. Auch andere Rassen hatten ein bisschen Einfluss, zum Beispiel die Rhode Island Reds, die aber wiederum die Vorfahren von den New Hampshire sind. Herausgekommen ist mit dem Dresdner Huhn ein leistungsstarkes, robustes und wetterhartes Wirtschaftshuhn. Die Hennen schaffen schon mal über 200 Eier in der ersten Legeperiode. Die Henne wiegt etwa zweieinhalb Kilo, der Hahn schafft schon mal drei Kilogramm. Der Farbschlag, der hier zu sehen ist, nennt sich Braun. Er ähnelt aber stark dem wichtigsten Farbbild bei den New Hampshire's, das bei dieser Rasse dann aber als Goldbraun bezeichnet wird. Es gibt die Dresdner zum Beispiel aber auch in Weiß und in Schwarz. Außerhalb von Deutschland sind die Dresdner Hühner so gut wie gar nicht bekannt. Was eigentlich schade ist, da sie durchweg sehr unkompliziert sind. Ich würde sie auch als Selbstversorgerrasse wärmstens empfehlen. Interessant ist für Selbstversorger dabei nämlich nicht nur die Legeleistung, sondern auch die Tatsache, dass die Dresdner recht gute Winterleger sind. In dieser Schar von Dresdner Hühnern laufen auch ein paar Brahma mit und wer weiß, wie groß Brahma sind, der kann sich dann ungefähr auch vorstellen, wie in etwa die Größe der Dresdner so ist. Von vielen Großrassen, die ich euch heute in diesem Video zeige, gibt es auch Zwergvarianten und sofern ich Filmmaterial davon habe, zeige ich euch die natürlich. Das hier sind jetzt zum Beispiel Zwergdresdner. Da wiegt die Henne oft unter 1 Kilo, der Hahn kann schon mal bis 1,1 Kilogramm wiegen. Auch die Zwergdresdner legen recht gut und sind eine tolle Alternative zu den großen Dresdnern, wenn man nicht viel Platz hat. So wie die verzwergten Großrassen eben meistens ideal sind für kleinere Hühnerhöfe. Und da hat jetzt ein toller Bielefelder Ken-Hahn gekräht. Das Bielefelder Ken-Huhn ist natürlich nach der Stadt Bielefeld benannt, die sich in Nordrhein-Westfalen befindet. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder Kommentare von euch mit dem Spruch Bielefeld gibt's nicht. Naja, wo das eigentlich herkommt. Die Bielefelder Ken-Hühner gibt's auf jeden Fall und Bielefeld auch, denn ich war selber schon dort. Wie schon das Dresdner-Huhn zuvor, kann auch das Bielefelder Ken-Huhn noch nicht als alte Rasse gelten, da es erst im 20. Jahrhundert entwickelt wurde, in diesem Fall sogar erst in den 70er Jahren. Der Name Ken-Huhn verrät schon, dass diese Hühner ken-färbig sind. Das kommt durch die Kombination der Goldheißigkeit bzw. Wildfarbe mit dem Sperberfaktor zustande. Im Auslauf sind ken-farbige Hühner immer super gedarnt und das macht Bielefelder Ken-Hühner auch sehr gut für die Bauernhofhaltung mit Freilauf geeignet. Ein ausgewachsener Bielefelder Ken-Hahn kann schon mal 3-4 Kilogramm auf die Waage bringen, aber es gibt auch immer wieder Hennen, die sogar die 3-Kilo-Marke etwas überschreiten. Es ist also ein Zweinutzungshuhn mit guter Legeleistung, das aber auch aufgetafelt werden kann. Und wir schauen uns jetzt mal die Küken näher an. Der Züchter Johannes Janus erklärt, was eigentlich so diesen Ken-Sperberfaktor ausmacht. Ja, also beim Bielefelder Ken-Huhn erkennen wir ab den ersten Tag schon das Geschlecht. Die Hähne sind deutlich heller als die Hennen und die Hähne haben auch noch den bekannten Sperberfleck. Deswegen sind die Ken-färbig. Die Hähnen haben auch noch den dunklen Streifen und zudem allgemein eher dunkler als die Hähne. Schon kurz nach der Entstehung der großen Bielefelder Hühner wurden auch Zwergbielefelder erzüchtet. Und mir kommt inzwischen vor, dass die teilweise fast noch beliebter sind als die Großrasse. Bei den Zwergbielefeldern ist sowohl beim Hahn als auch bei der Hähne gefordert, dass sie etwas über einen Kilo wiegen. Es sind auch wieder sehr zutrauliche, leistungsstarke Hühner und sie wirken natürlich durch die geringere Größe deutlich leichtfüßiger und eleganter als die großen Bielefelder. Auch nach der südwestbayerischen Stadt Augsburg wurde eine Hühnerrasse benannt, das Augsburger Huhn. Das hier sind reinerbige Augsburger reinerbig in Bezug auf ihren Kronenkamm, ein zweispuriger Kamm, der das wichtigste Rassemerkmal darstellt. Der ursprüngliche Typ der Augsburger war spalterbig, denn die Rasse entstand durch Kreuzungen von einfachkämmigen italienischen Lamottas mit französischen Laflaech-Hühnern. Und da entsteht dann ebenso ein spalterbiger, zweispuriger Kamm. Das war jetzt zum Beispiel ein Junghahn vom spalterbigen Typus. Heute werden beide Varianten noch gezüchtet, aber beide Varianten sind stark gefährdet, denn schwarze Hühner haben immer noch viele Imageprobleme. Aber schaut euch mal diesen tollen Grünlack im Gefieder an. Ich finde, schwarze Hühner sind ja eigentlich auch gar nicht schwarz, sondern sie haben ein richtig tolles farbenschillerndes Federkleid. Augsburger sind vom Charakter her nicht unbedingt die ruhigsten Hühner, aber wenn man sich mit ihnen abgibt, werden auch sie zutraulich. Der wichtigste Farbschlag der Rasse ist schwarz, aber hier sind jetzt zum Beispiel auch blaue Augsburger zu sehen. Die Augsburger Hennin bringt in etwa so zweieinhalb Kilo auf die Waage, wenn sie voll ausgewachsen ist, der Hahn schon mal bis zu drei Kilo. Und auch Zwerg-Augsburger hatte ich vor einigen Jahren mal vor der Linse, darum zeige ich euch die hier auch noch kurz. Die bleiben oft sogar etwas unter einem Kilo und sind absolut gefährdet noch viel seltener als die Großvariante. Wäre also auch mal was für Erhaltungszüchter, die eine etwas andere Hühnerrasse züchten möchten. Auch das Sundheimer Huhn gehört zu den Hühnerrassen, die nach Ortschaften bzw. Städten benannt wurden, und zwar nach der Ortschaft Sundheim bei Kehl in Baden-Württemberg. Sundheimer gelten auch oft als Deutschlands älteste Zweinutzungshühnerrasse. So schwer wie sie aussehen, sind sie aber eigentlich gar nicht. Die Hennen wiegen in etwa so zweieinhalb Kilogramm, die Hähne drei bis dreieinhalb Kilogramm. Der imposante Ausdruck, den diese Rasse ausstrahlt, der kommt eher durch die dichte Befiederung zustande und die befiederten Läufe. Dennoch eine waschechte Zweinutzungsrasse und da sie etwas leichter bleibt als andere Zweinutzungsrassen, neigt sie auch nicht so stark zum Verfetten. Charakterlich sind die Sundheimer sehr ausgeglichene und ruhige Hühner, die leicht Vertrauen fassen und auch insgesamt wenig zu nervösem und flatterhaftem Verhalten neigen. Fliegen können sie nur, wenn es unbedingt sein muss. Die Sundheimer Hühner werden offiziell ausschließlich im Farbschlag Weiß-Schwarz-Colambia gezüchtet, darum ist hier auch dieser Farbschlag zu sehen. Jetzt wird's geschichtlich betrachtet sehr turbulent, denn auch nach der Stadt Hamburg wurde eine Hühnerrasse benannt, das Hamburger Huhn, hier im Farbschlag Silberlack. Oft werden die Silberlacke auch wie eine eigenständige Rasse als Hamburger Silberlackhühner bezeichnet. Spannend ist die Geschichte hier deswegen, weil es sich trotzdem nicht wirklich um eine deutsche Hühnerrasse handelt. Das Hamburger Huhn, wie wir es heute kennen, ist eigentlich in England entstanden und wird dort auf den britischen Inseln als Spangled Hamburg bezeichnet und ist eine ausgesprochene Zierrasse bzw. ein Ornamental Chicken Breed. Dass die Rasse nach einer deutschen Stadt benannt wird, reicht mir aber aus, um sie euch hier trotzdem auch zu zeigen. Denn es ist für alle Zuschauer aus Hamburg auch mal schön zu wissen, dass nach ihrer Stadt Hühner benannt wurden. Auch in Deutschland werden die Hamburger Hühner gezüchtet, denn durch ihre absolut herausragende Schönheit, diese schwarze Tupfung und dazu noch der spitzendende Rosenkamm, haben sie auch wirklich viel Optisches zu bieten und sehen auch freilaufend im Garten oder im Hühnerhof schön aus. Dass sie sind jetzt Zwerg-Hamburger, während die großen Tiere im Schnitt so zweieinhalb Kilo auf die Waage bringen, schaffen die Zwerghühner meistens mal grad so ein Kilogramm. Und auch die Zwerg-Hamburger sind natürlich in puncto Schönheit den großen in nichts nachstehend. Neben den mit Abstand beliebtesten gelackten Varianten kennt man Hamburger Hühner zum Beispiel auch noch mit Flockenzeichnung oder auch in einfärbig schwarz und blau. Weitere Hühnerrassen, die nach deutschen Städten benannt wurden, wären zum Beispiel die Annaburger Haubenstrup-Hühner und die Rulaa-Zwergkaul-Hühner. Aber wir machen jetzt weiter mit dem überaus beliebten Vorwerk-Huhn von der Anmoderation. Das Vorwerk-Huhn wurde ursprünglich wirklich in der Nähe von Hamburger züchtet, also eigentlich würde bei den Vorwerks der Name Hamburger Hühner besser passen als bei den Hamburgern, aber das ist eine andere Geschichte. Sie sind nach ihrem Erzüchter Oskar Vorwerk benannt und der wollte vor über 100 Jahren ein optisch hübsches Huhn für die Hamburger Vorgärten schaffen. Die schwarze Gipfelzeichnung auf goldbraunem Grund sieht auch wirklich fantastisch und sehr plakativ aus. Das Vorwerk-Huhn hat aber auch tolle Leistungsmerkmale, so gibt es zum Beispiel viele Strains oder Stämme, die recht gut liegen und 180 bis 200 Eier im ersten Jahr schaffen. Das war jetzt eine Zwergvorwerk-Henne und auch diese Zwergvorwerk-Hühner sind durchaus empfehlenswert. Ich finde sogar, dass bei den Zwergen die Form oft noch deutlich besser ist, aber lass man einfach mal krähen. Auch dieser Lakenfelder-Hahn kann super krähen und dass die Lakenfelder direkt nach den Vorwerks kommen, ist kein Zufall. Das Lakenfelder-Hahn war nämlich seinerzeit der wichtigste Vorfahre bei der Erzüchtung der Vorwerkhühner. Die Verwandtschaft wird auch dadurch deutlich, dass auch die Lakenfelder diese schwarze Gipfelzeichnung haben. Während die Vorwerks sie jedoch auf goldenem Grund zeigen, zeigen die Lakenfelder-Hühner sie auf weißem Grund. Diese schwarz-weiß-schwarz-Zeichnung ist eines der schönsten Zeichnungsbilder, das sich beim deutschen rassige Flügel findet. Beim Lakenfelder-Hahn ist nicht ganz klar, ob es eine niederländische oder eine deutsche Hühnerrasse ist, denn in den Niederlanden gibt es nicht nur das Lakenfelder-Rind mit ähnlicher Zeichnung, sondern auch die Bauernschaft Lakerfeld in der Nähe von Utrecht. Trotzdem gibt es aber auch echte historische Hinweise für eine Herkunft des Lakenfelder-Huhns aus Deutschland. Wie dem auch sei, auch mit blauer Gipfelzeichnung sind die Lakenfelder absolut Zucker. Sowohl Hennen als auch Hahn zeigen bei dieser Rasse eine üppige Schwanzbefiederung, die überdurchschnittlich lang ist. Die Tiere erreichen in etwa ein Gewicht um die zweieinhalb Kilo herum. Im Schnitt legen Lakenfelder-Hennen so um die 150 Eier im Jahr. Da sie sehr langlebig sind und über viele Jahre hinweg Eier legen, gleicht sich diese eher moderate Leistung aber mit der Zeit wieder aus. In der Blauzucht fallen dann auch schwarz gezeichnete und splashfarbene Tiere, wie beispielsweise die Henne im Vordergrund. Denn auch die blau gezeichneten Lakenfelder tragen den Faktor für das spalterbig-Blau bzw. Splash. Eine Rasse, die in aller Munde ist, gerade bei Einsteigern in die Hühnerhaltung, ist immer das deutsche Sperberhuhn. Viele denken immer, sie hätten deutsche Sperber, weil sie sich gesperberte Hybridhühner gekauft haben. Tatsächlich gibt es auch gesperberte Hybriden, die sind aber nicht das gleiche wie das alte historische Rassehuhn deutscher Sperber. Und ich zeige euch hier natürlich die echten deutschen Sperber. Mit ihren fleischfarbenen Läufen und den überhängenden Schlotterkämmen der Hennen kann man sie meistens von den Hybriden unterscheiden, die in den gesperberten Varianten häufig gelbe Läufe haben und kleinere Kämme. Die Zuchtgeschichte der deutschen Sperber reicht weit über 100 Jahre zurück. Sie wurden vor dem Auftreten der ersten Hybridhühner als eine der besten Legehühnerrassen Deutschlands gehandelt. Die Tiere haben fast gar keinen Bruttrieb, legen etwa 200 bis 240 Eier im ersten Jahr und sind sehr gute Futtersucher, wenn sie im Freilauf gehalten werden. Charakterlich sind sie so im Mittelfeld weder übertrieben wild noch außerordentlich zahm. Ich würde sie einfach als aufmerksam und umtriebig bezeichnen. Sperberung vererbt sich ja geschlechtsgebunden, der Hahn hat das Gen für Sperberung zweimal, darum ist er deutlich heller gezeichnet als die Hennen. Nun kommen wir zu einer Rasse, die ich euch bisher vor allem im Zwergenformat gezeigt habe, das deutsche Langscharnhuhn. In ihrer Großversion sind die deutschen Langscharns überaus imposante Erscheinungen und werden auch gerne scherzhaft als Stelzenhühner bezeichnet, da sie auch ausgesprochen langbeinig sind. Die wichtigsten Vorfahren der deutschen Langscharn sind die Croat Langscharn mit befiederten Läufen. In Deutschland hat man Croat Langscharns ohne Fußbefiederung erzüchtet und daraus wurde dann eben die eigenständige Rasse Deutsch Langscharn. Ein voll ausgewachsener, gut entwickelter Langscharnhahn kann schon einmal viereinhalb Kilo auf die Waage bringen. Die Hennen wiegen im Schnitt ein Kilo weniger. Und jetzt zeige ich euch natürlich auch die Zwerglangscharns nochmal. Die schaffen etwa ein Kilo. Von beiden Größen gibt es mehrere tolle Farbschläge, wie zum Beispiel Birkenfarbig, Blaubirkenfarbig, Schwarz und Gesperbert. Auch die Zwerglangscharns wirken überaus langbeinig. Ich finde sogar bei ihnen wirkt es fast noch graziöser, da sie eben auch insgesamt einfach zierlich gebaut sind. Sehr spannend ist die Schwanzbefiederung. Die ähnelt ein bisschen dem Schwanzgefieder bei den Weihandotten, ist aber spitz zulaufend. Man nennt das auch einen Zuckerhutschwanz. Charakterlich sind alle Langscharns sehr zutraulich und fassen leicht Vertrauen zu ihrem Halter und Pfleger. Deutsche Sperber, Deutsche Langscharn und jetzt auch noch Deutsche Lachshühner. Gar nicht wenige Hühnerrassen tragen Deutschland also auch in ihrer Bezeichnung. Beim deutschen Lachshuhn kam das zum Beispiel zustande, weil diese Hühnerrasse ursprünglich direkt auf die französischen Favaroles zurückgeht. In Deutschland entstand aus den Favaroles ein eigenständiger Typ und den nannte man dann irgendwann nur noch Deutsches Lachshuhn. Bei den Lachshühnern wirkt genetisch betrachtet ein Farbverdünner, der aber nur bei den Hennen zeitlebenswirksam bleibt. Als Küken sind beide Geschlechter hellgelb, aber die Hähne dunkeln dann später stark nach und wie man hier sieht, haben die Gockel dann eben auch einen erheblichen Schwarzanteil in ihrem Gefieder. Dadurch kann man Hahn und Henne aus der Ferne super voneinander unterscheiden. Die deutschen Lachshühner sind sehr gemütliche Tiere, ausgeglichene Charaktere, darum ist es oft auf möglich, mehrere Hähne der Rasse zu halten. Sowohl Hahn als auch Henne überschreiten die 3-Kilo-Marke, manche Hähne wiegen dann sogar 4 Kilo. Dieser Zwerglachshahn bringt etwa 1200 Gramm auf die Waage. Ein echtes Zwerghuhn, von dem es kein großes Pendant gibt, ist das deutsche Zwerghuhn. Deutsche Zwerghühner wurden von Anfang an mit dem Ziel erzüchtet, ein schönes Ausstellungshuhn mit toller Befiederung für den Schaukäfig zu haben, das aber auch von den Verhaltensweisen her sehr natürlich ist und sich gut für die halbwilde Freilaufhaltung eignet. Hier sind die deutschen Zwerghühner im Farbschlag Berlgrau Isabel zu sehen. Oder ist es Isabel Berlgrau Columbia? Ich bin mir nicht ganz sicher. Daneben gibt es das deutsche Zwerghuhn in vielen weiteren Farben, zum Beispiel aber auch allerlei Abwandlungen von der Wildfarbe wie silberhalsig und goldhalsig. Mit etwa 800 bis 1000 Gramm Gewicht sind die deutschen Zwerghühner vor allem als Tierrasse interessant, weniger als Wirtschaftshuhn. Das ist ganz anders bei der fünften Hühnerrasse, die Deutschland in ihrem Rassenamen trägt, nämlich beim deutschen Reichshuhn. Das deutsche Reichshuhn hat leider ein bisschen ein Imageproblem, dabei ist es gar nicht im Zweiten Weltkrieg gezüchtet worden, sondern schon viel älter. Natürlich wurde es mit dem Bestreben erzüchtet, die Bevölkerung mit Fleisch und Eiern zu versorgen, aber das ist eine andere Geschichte. Aus heutiger Sicht ist das deutsche Reichshuhn einfach eine interessante Zweinutzungsrasse, die sowohl als Tafelhuhn als auch für die Legeleistung gut eingesetzt werden kann, mit hohem Eigewicht von 65 bis 70 Gramm. Diese großen deutschen Reichshühner waren jetzt im Farbschlag Weiß-Schwarz-Columbia zu sehen. Auch deutsche Zwergreichshühner möchte ich euch zeigen und die sehen in rot absolut schön aus. Beide Größen gibt es aber gleich in mehreren Farbvarianten und man kann sich einen bunten Hühnerhof alleine mit den Reichshühnern zusammenstellen. Charakterlich sind sowohl die Zwerge als auch die großen ruhig ausgeglichen und überaus angenehm im Umgang. Jetzt kommt eine der ältesten noch existierenden deutschen Hühnerrassen, das Bergische Kräerhuhn. Bergische Kräer gehören zur Gruppe der Langkräer, wo sowohl die Hennen verlängert Gackern als aber auch in erster Linie die Hähne sehr langgezogen krähen sollen. Genetische Untersuchungen unterstützen mittlerweile die These, dass bereits vor Jahrhunderten mit Kreuzrittern, gelehrten oder einfach Reisenden langkräende Hühner aus Osteuropa nach Deutschland gelangten. Im Bergischen Land entwickelten sich regelrechte Langkräer-Zuchten und es war eine Zeit lang sogar ganz typisch, dass man dort in den Orten am Morgen langgezogenes Hahnenkrähen hören konnte. Heute ist das leider nicht mehr so, der Bergische Kräer ist eher selten geworden und es werden auch keine Langkräer-Wettbewerbe mehr veranstaltet, um die besten Zuchthänne für die Weiterzucht zu eruieren. Vielmehr wurde der Bergische Kräer eher auf optische Merkmale hin selektiert. Da kommt dann sowas dabei heraus, Bergische Kräer-Hähne, die nur noch geringfügig etwas länger krähen. Hier auch noch ein Zwergkräer. Bei den Zwergkräern muss ich als Außenstehender wirklich sagen, ich höre da fast keinen Unterschied mehr zu einem normalen Hahn. Leider gibt es nur wenige Tiere, aber es wäre trotzdem toll, wenn man in Zukunft wieder den Kräer-Ruf der Hähne bei dieser Rasse in den Fokus stellen könnte. Das Bergische Land ist Heimat von gleich mehreren alten Hühnerrassen und eine weitere davon ist der Bergische Schlotterkamm, der hier im Farbschlag schwarz-weiß gedoppelt zu sehen ist. Die Bergischen Kräer vorhin waren übrigens alle schwarz-goldbraun gedoppelt. Bergische Schlotterkämme sind keine Langkräer, sondern eher eine Wirtschaftsrasse mit Legebetonung, typische Landhühner und das sieht man auch am Hahn. Er hat wunderschöne Formen, wirklich genau so, wie man sich alte historische Landhähne in Mitteleuropa vorstreckt. Es gibt weitere Farbschläge, zum Beispiel sehr beliebt sind die Bergischen Schlotterkämme auch noch in schwarz. Ebenfalls eine Bergische Rasse ist das Krüperhuhn. Krüperhühner werden auch als Kriechhühner oder Dachshühner bezeichnet, weil sie einen sehr lustigen Gang haben, der durch stark verkürzte Läufe zustande kommt. Die Kurzbeinigkeit hat züchterisch betrachtet aber auch Nachteile. Die Tiere hier konnte ich im wissenschaftlichen Geflügelhof des BDAG filmen, wo die Tiere bewusst in der Zuchtgruppe mit langbeinigen Hühnern gemischt gezüchtet werden, da eben reine Zuchten aus kurzbeinigen Hühnern eine Letalität mit sich bringen. Trotzdem ist dieser Hühnertypus uralt und egal ob jetzt kurzbeinige oder langbeinige Krüper, man sieht hier auch sehr schön die große Farbenvielfalt bei dieser Hühnerrasse. Weiß, Gesperbert, Rebhuhnhalsig und Schwarz sind aus heutiger Sicht die wichtigsten Farbschläge. Angeblich sind die kurzbeinigen Hühner früher näher bei den Höfen geblieben, wenn man sie frei laufen ließ und das war einer der Gründe, warum sie eine Zeit lang so beliebt waren. Ich zeige euch hier jetzt nochmal ein paar Tiere aus dem Freilichtmuseum Detmold in NRW, wo man Krüper sowohl in einer weißen Zuchtgruppe als auch in einer schwarzen Zuchtgruppe ganz stilecht bei alten nordrhein-westfälischen Bauernhöfen bewundern kann. Die Krüper sind vom Charakter her recht zutrauliche Tiere, bewegen sich von der Legeleistung her im Mittelfeld und erreichen in etwa ein Gewicht von zwei bis zweieinhalb Kilogramm, seltener auch mal bis zu drei Kilogramm. Eine historisch für Europa sehr wichtige Hühnergruppe ist jene der Sprenkelhühner und da gibt es in Deutschland gleich zwei verschiedene Sprenkelrassen. Die erste, die ich euch hier zeige, das ist die ostfriesische Möwe aus dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet. In den Niederlanden wird ein ganz ähnlicher Typus gezüchtet, der als Groninger Möwe bezeichnet wird und zwischen den beiden Rassen besteht auch bis heute ein züchterischer und genetischer Austausch. Die typische Flockenzeichnung findet sich bei den Möwen nur bei den Hennen, die Hähne zeigen sie nur verdeckt, sie zeigen im Groben ein weißes Gefieder mit schwarzer Besichelung. Der Rassename kam zustande, weil die Tiere aus der Ferne betrachtet wie Möwen aussehen, jedoch auch weil das Pflaumkleid der Küken jenem Pflaumkleid von Lachmöwenkücken stark ähnelt. Ostfriesische Möwen sind typische Landhühner, aufmerksam, umtriebig, ständig auf Futtersuche mit guten Instinkten, bewegen sich von der Legeleistung her eher im Mittelfeld und werden nur zahm, wenn man sich auch regelmäßig mit ihnen beschäftigt. Auch von dieser Rasse hatte ich schon mal die Zwergvariante vor der Linse und zeig sie euch hier kurz. Die großen Möwen wiegen so um 2,5 Kilo herum, bei den Zwergmöwen ist etwa die 1 Kilo Marke anzustreben. Ich hatte ja selber auch schon mal Zwergmöwen in meiner Truppe und mochte sie wirklich sehr. Das hier ist zum Beispiel Ilka, die ihr aus diversen Posts von mir auf Instagram, aber auch aus so mancher Happy Huhn-Folge kennt. Ilka wurde bei mir 5 Jahre alt und hat sogar gebrütet, obwohl es ja eigentlich heißt, dass die Sprenkelhühner keine guten Brüter sind. Die zweite Rasse aus der Gruppe der Sprenkelhühner, die typisch deutsch ist, wäre noch das westfälische Totlegerhuhn. Und hier sieht man auf den ersten Blick, die haben auch eine Flockenzeichnung, aber sie ist deutlich kontrastreicher als bei den Möwen und statt einem einfachen Kamm haben die Totleger einen Rosenkamm. Der rassename Totleger hat nichts damit zu tun, dass diese Hühner sich etwa zur Tode legen würden. Nein, sie legen zwar sehr gut, aber die Bezeichnung kommt durch einen Übersetzungsfehler zustande. Im Plattdeutschen wollte man einfach sagen, dass diese Hühner dauerlegen oder im Winter durchlegen und aus diesem Totlegen wurde dann eben mit der Zeit das Totlegen. Westfälische Totleger sind ausgesprochen robuste und langlebige Hühner, die sehr zäh sind. Die Hennen schaffen in etwa 180 Eier in den ersten Jahren, können aber auch im Alter von 5, 6 oder 7 Jahren noch vereinzelt Eier legen. Also auch die Lebensleistung ist hier sehr toll. Was hier auffällt, ist die überaus lange Besicherung beim Hahn. Und da ist jetzt ein Unterschied zum Möwenhahn auch zu sehen, bei den westfälischen Totlegern zeigt auch der Hahn die Flockenzeichnung nach außen hin ganz deutlich. Wir hören uns jetzt nochmal an, wie der Krähruf bei einem westfälischen Totlegerhahn klingt. Die Rassevielfalt in der deutschen Hühnerzucht ist wirklich beeindruckend. Wir sind jetzt schon bei Nummer 18 und mit dem Thüringer Barthuhn haben wir da jetzt keineswegs ein langweiliges Huhn, sondern eher so nach dem Motto, ein Highlight jagt das nächste. Thüringer Barthühner werden in Thüringen auch als Otterköpfchen oder Thüringer Bausbäckchen bezeichnet, denn sie haben diesen üppigen Bart an der Stelle, wo eigentlich bei anderen Hühnern die Kehlappen wären. Von den Appenzeller Barthühnern aus der Schweiz kann man sie am Kamm unterscheiden. Thüringer Barthühner haben immer einen Einfachkamm, während Appenzeller Barthühner einen Rosenkamm haben. In diesen gedupften Varianten ist auch der Grünlack jetzt gerade sehr schön zu sehen gewesen beim Hahn, hier jetzt noch auf goldenem Grund, vorhin war eben silberschwarz gedupft zu sehen. Es gibt die Thüringer Barthühner aber zum Beispiel auch in Blau, Schwarz und Weiß. Das Thüringer Barthuhn ist zwar eher eine Zierrasse, kann aber auch bis zu 180 Eier im Jahr legen und bewegt sich vom Gewicht her in etwa rund um die 2 Kilo Marke. Auch der Farbschlag Chamois, bzw. eigentlich ja Gold-Weiß gedupft, hat viele Fans und sieht auch echt toll aus. Ich sage zu denen immer Weihnachtsmannhühner, weil sie diesen weißen Bart haben und eben auch aussehen wie goldene Hühner, die weiß angeschneit sind. Absolut liebenswürdige Zeitgenossen, die sich auch gerade für Kinder und für die Hobbyhaltung gut eignen. Dieses Farbbild, ich nenne es jetzt mal Chamois, weiß gedupft, ist leider auch gar nicht leicht zu züchten. Ich bin schon bei Nummer 19 und da hat jetzt ein prächtiger schwarzer Rheinländer-Hahn für uns gekräht. Im schwarzen Farbschlag sind die Rheinländer-Hühner überaus kostbar, denn bei ihnen kam es sehr gut. Die Rheinländer sind noch kaum zu Einkreuzungen von fremden Rassen. Sie sind eine der letzten verbliebenen Hühnerrassen aus dem westeuropäischen Cluster, die noch genetisch sehr rein sind. Mehr zu den Rheinländern kommt bald in einem eigenen Porträt. Jetzt kommen wir zu Deutschlands einziger heute noch existierenden Hühnerrasse, die nicht für die Ausstellungszucht in eine Farbschablonen bzw. Farbschlagschablone reingezwängt wurde. Ich habe es jetzt ein bisschen brutal formuliert, aber ihr wisst ja, vor dem 19. Jahrhundert, als es so in Mode kam, Hühner eben wirklich für Ausstellungen zu züchten, gab es europaweit vor allem bunte Landhühner. Und die sind heute tatsächlich fast ausgestorben, zum einen eben wegen der Hybridhühner, zum anderen aber eben gerade auch wegen der Ausstellungszucht. Und von diesen bunten Landrassen konnten in den Zwergrößen in Österreich zum Beispiel die Steinbipperl überleben und in Bayern, das ja immer auch einen Austausch zu Österreich hat, im Gebiet von Niederbayern, die Bayerischen Landzwerge. Die Bayerischen Landzwerge werden in Bayern auch schlicht als Bauernzwerge bezeichnet und sind früher vor allem deswegen gehalten worden, weil es sich um sehr kleine, aber umtriebige Hühner handelt, die auch jeden Tag ein Ei legen in den Sommer- und Frühjahrsmonaten, dabei aber sehr wenig Futter brauchen und gut auf sich selber aufpassen können. Denn in Niederbayern gab es kaum genug Ackerfläche, dass die Leute selber für sich genug Getreide hatten. Da hat man dann natürlich keine großrahmigen Hühner durchgefüttert. Bayerische Landzwerge brüten auch sehr gut. Diese Henne hat elf Küken und man hat die Bayerischen Landzwerghennen seit jeher in Bayern auch für die Brut von Rebhuhn und Fasanenküken verwendet. Also auch bei den Jägern sind die kleinen bunten Bauernzwergerl durchaus ein Begriff. Bei dieser bunten Küken-Schar kann man schon gut erahnen, wie groß eigentlich die Vielfalt an Farbvarianten bei den Bayerischen Landzwergen ist. Neben diversen Schäckungen und Abwandlungen der Porzellanfarbe findet man die Landzwerge zum Beispiel auch in wildbraun und in allen Zwischennuancen, die man sich vorstellen kann. Was der Zufall zustande bringt, ist erlaubt. Die Lauffarbe ist jedoch meistens gelb, um die Unterscheidbarkeit zu den österreichischen Steinbüpperl zu gewährleisten. Auch Rosenkämme kommen bei den Landzwergen vor. So und jetzt habt ihr gesehen, ich blende euch noch eine 21. Rasse ein. Warum? Wir hatten ja ganz Anfang bei den ersten fünf Rassen das Hamburger Huhn, das ja zwar nach einer deutschen Stadt benannt wurde, aber streng genommen keine deutsche Hühnerrasse ist. Und darum jetzt auf Platz 21 noch als Überraschung das Sachsenhuhn. Auch das Sachsenhuhn ist eine alte, erhaltenswürdige Rasse, hier im Farbschlag gesperrbart, bei Selbstversorgerin Anja von Anjas Gartenreich zu sehen. Wenn euch das Sachsenhuhn interessiert, dann schaut euch doch meine gemeinsame Folge mit Anja an, in der ich euch das Sachsenhuhn näher gebracht habe. Anja züchtet die Sachsenhühner zum Beispiel auch im weißen Farbschlag und im gelben Farbschlag. So, das war's von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut doch auch mal auf Instagram vorbei, happy.huhn heiße ich dort. Und im Beschreibungstext findet ihr natürlich wieder weiterführende Links zum Thema und zu den Rassen.